Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und eigentlich sind wir gerade gar nicht so glücklich, auch wenn Raphael danach aussieht. Allerdings befinden wir uns hier gerade auf unserem Friedhof, denn beim letzten Mal haben wir Faith und Marley verloren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen trauern, damit wir dann weitermachen können. Oh. Scheinbar ist die Truhe im Weg, um für Marley zu trauern. Das tut mir ein bisschen leid, aber was sollen wir tun? Jetzt trauert sie für Cosro. Stopp. Ach, die Geschwister. Ihr Mäuse, ey. Und die haben hier eine Romantic Action, also ich weiß ja nicht. Auf dem Friedhof? Ich bin übrigens wirklich Fan von Vadim. Er sieht wirklich cool aus. Destiny will schon mal gucken, wie es so ist, tot zu sein anscheinend. Aber geh doch dann vielleicht zu deinem Ehemann. Nur eine Idee. Ne, wir kochen jetzt nicht hier. Also, es gibt dann doch Grenzen, girl. Ich habe mir übrigens gedacht, das sage ich jetzt am besten jetzt so am Anfang der Folge, vermutlich, nächstes sind steingemeistet, ne? Wir wissen ja immer, wie das so ist, werde ich am Montag, dem 25. November, den Bau vom neuen Haus streamen. Wenn ihr euch mit einbringen wollt, wenn ihr irgendwie Ideen habt oder so, dann kommt gerne in den Stream. Voraussichtlich würde das Speedbild dann an dem Mittwoch darauf kommen, sodass wir dann die nächste Folge eben mit dem Haus spielen können. Aber jetzt wird Raya erst mal etwas zu essen machen. Wie wäre es mit Auberginen mit Parmesan? Grimm ist immer noch hier. Finde ich absolut nicht in Ordnung, Bruder. Aber geht. Gott sei Dank. Er hat einfach noch nie mit Rocky geredet. Könnt ihr mal kurz euch austauschen, weil ich meine, ihr wohnt zusammen. Wir werden natürlich auch weiterhin mit Rocky leben. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, Emma, nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ich sagen wollte, ich würde ihren Raum und das Badezimmer dann auch nach oben verschieben, damit sie nicht mehr im Keller wohnen muss. Weil ich kann doch nicht mehr. Emma, girl. Ich meine, ich weiß, wir haben uns jetzt nicht so heftig viel um Emma gekümmert, aber trotzdem ist es traurig. Aber, also, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen wild, aber wir können dann eigentlich auch die Ranchhilfe entlassen. Was wollen wir mit Christoph noch, weil wir keine Tiere mehr haben hier? So, zum Essen rufen. Oh, ich finde es süß, dass sie jetzt auch mit uns ist hier. In gewisser Weise gehört sie halt einfach schon dazu, ne? So, und dann gehen alle schlafen, würde ich sagen. Er muss auch noch arbeiten. Ach, Mausi. Er wacht auf und möchte erst mal sich ausheulen. Ach, Maus. Wieso kann ich die Ranchhilfe nicht entlassen? Er hat jetzt schon 20 Mal angerufen, na? Dann müssen wir ihn vielleicht mal direkt drauf ansprechen oder so. I don't know. Apropos. Wir müssen noch generieren. Das ist die 178. Starte absichtlich ein Feuer. Ich weiß doch auch nicht. Wieso haben wir hier so einen Unternehmertisch? Hä? Äh, nehme ich mal weg. Ist hier ein Töpfchen? Ich bin gerade schon wieder verwirrt des Todes. Also ich meine, ja, das meiste wird wahrscheinlich aus dem Inventar von Marley sein, aber warum hat der zwei Quietsche-Äntchen? Schwer mich nicht, ne? Ich würde es da mitmachen. Wir brauchen aber nur eins. Das zünden wir aber erst an, wenn Raphael schon auf der Arbeit ist, weil sonst kommt er nicht zur Arbeit und das ist immer so ein Problem. Okay, er ist zur Arbeit. Hochzeit in Weiß. Oh. Auch das noch. Na super. Das ist ja das Richtige, was wir hier ausgewählt haben. Jawohl. Wir können es löschen. Warum das denn? Sie hat doch Angst vor Feuer. Offensichtlich explodiert es, wenn es halt drin ist. Oh nein, der Teppich. Äh, gut, dass wir das Haus eh alles neu machen wollten, ne? Brandheißes Feuerwerk wegen vielgeschlagener Feuerwerksexplosion. Sie dehnt sich erstmal super. Also beziehungsweise nicht dehnen, sondern Liegestütz. Nicht, ach, ich bin einfach lost. Sie räumt den Teppich schon weg. Sie so wild. Hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Ich würde vorschlagen, dass sie jetzt noch irgendwie was macht. Gruselkekse, es ist doch Herbst. Das macht doch sogar Sinn. Mach ein paar Gruselkekse, girl. Und dann würde ich mir den Stand schnappen. Und irgendwo zum ersten Mal den Stand eröffnen. Hi. Wir müssen dich noch feuern, Bro. Einer der Kollegen von Raphael braucht Hilfe bei einer Aufgabe. Wie soll er reagieren? Helfen? Hä? Ganz normal. Warum ist das so eine böse Interaktion eigentlich? Wir sagen nur, hey, wir brauchen dich nicht mehr. Er hat 136 noch eingenommen, obwohl er gerade erst gekommen ist. Was ist denn mit ihm? Die sehen sehr cool aus. Also ich muss erst die Sachen da rausnehmen, okay. Und dann flitzen wir mal irgendwo hin. Wo ist gutes Wetter? Vermutlich in den Oasis Springs, oder? Gehen wir doch mal in den Park. Lass mal hier hingehen. Dann können die sich sogar theoretisch direkt da hinsetzen. Na dann los geht's, girl. Wir machen mal 50%. Klingt fairer, ganz ehrlich. Ich sehe zwar selber Hunger, aber es ist schon okay. Na, hat irgendwer Lust, hier einen Keks zu kaufen oder so? Hallo. Oh, guck mal. Die kennen wir doch aus der Highschool. Hey, willst du was kaufen? Yay, jetzt kommen endlich Leute. Sogar ein Geist. Es ist Wayne the Boulder. Der hat mal bei uns gewohnt. Hey, es wurde ein Grillkäse gekauft. Der Grillkäse kommt ganz gut an, ne? Jawohl. Wir können ja auch nebenbei Waffeln machen. Lass mal erst mal so einfache Waffeln machen. Alea, hi, girl. Ja, Kekse wurden auch gekauft. Let's go. Es läuft gut. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja, genau. Stell sie auf den Boden. Wie es sich gehört. Willy. Uh. Dankeschön, dass ihr alle mein Essen kauft. Lass mal noch mehr Waffeln machen. Kürbismilchwaffeln. Guck mal, es ist Herbst. Das passt. Es kommen immer die gleichen Leute. Die kaufen immer mehr. Was ist denn hier los? Also ich beschwere mich nicht. Gebt mir all euer Geld. Für den Umbau hilft es auf jeden Fall. Warum stehen die alle so sehr auf Grillkäse? Marie kann auch nicht genug von uns bekommen, ne? Die kommt hier wirklich die ganze Zeit hin. Die hat schon wieder was gekauft. Die hat hier schon drei oder vier Mal was gekauft von mir. Also ich beschwere mich nicht. Auch nochmal kurz Waffeln gekauft im Endspurt hier. Wow. Unternehmerfähigkeit erworben. Sechs Mal Grillkäse. Achso, sieben Mal Grillkäse insgesamt. Sechs Mal Gruselkekse. Und einmal einfache Waffeln. 166. Ey, fürs erste Mal richtig gut. Und sie hat jetzt ja auch nicht so teure Sachen verkauft. Geh auf Klo. Und dann kannst du deinen Stand wieder einpacken. Raphael ist auch zurück. Und wir flitzen nach Haus. Können natürlich auch nochmal in Amos Ecke gucken, ne? Ob da was bei ist. Ein Schnittchen. Let's see. Evan kommt sogar aus Glimmerbrook. Weiß ich nicht. Wir wollen eigentlich aus Glimmerbrook raus. Hollis hat eine Glatze. Ist jetzt per se nichts Schlechtes, aber ich weiß nicht. Kien kommt aus Windenburg? Weiß ich nicht. Er ist Kleptomane. Das ist Everardo aus Dessau Valley. Wir finden zwar geil, dass der gemein ist, aber er bietet uns Grillkäse an. Und ich finde seinen Namen ein bisschen wild. Ich sag wie es ist. Es spielt schon meine Entscheidung mit rein. Dessau Valley vor allem. Angelos. Sieht irgendwie hot aus, ne? Aber das sind schon wieder so Cuttree und Hammer. Und dann haben wir noch Remo aus Chestert Ridge. Ne. Und Aro. Der sieht übernatürlich aus. Der ist auch nichts für uns. Schade, Marmalade. Also es ist ja schön, dass du was isst. Aber warum musst du dafür draußen stehen bleiben? Wer war nochmal Rani? Ne. Wollen wir mal Riley einladen? Weil es ist ja jetzt irgendwie auch mal wichtig zu wissen, ist es jetzt real oder nicht. Ich meine, die sind sad, aber vielleicht hilft er ja, dass er nicht mehr sad ist. Let's talk. Wenn ich ihm düsteres Kompliment mache, wie reagiert er denn? Das ist sehr wichtig für mich. Oh. Er mag es gar nicht. Vielleicht ist er doch nicht so into it. Dann sind die vielleicht wirklich nur Besties, ne? Aber er scheint ziemlich verärgert zu sein. Warum haben die jetzt so eine schlechte Beziehung? What happened? Hm. Er ist jetzt selbstsicher. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenn er einen mutigen Anlassspruch droppt? Hm. Das findet er dann doch wieder gut. Ich will die halt nicht aufgeben, weil irgendwie sind die schon süß. Mitbewohnerdrama. Oh. Okay, das findet er jetzt doch geil. Und er ist jetzt auch ziemlich kroquett. Vielleicht findet er es nur schwer, ein bisschen das zuzulassen. Guck mal Händchen halten, macht er dann doch. Knuddelt euch. Los. Ich will, dass ihr knuddelt. Es ist gefühlt das erste Mal, dass hier jemand sitzt. Die knuddeln sich. Versucht mal, ihn abzuknutschen. Wirklich. Ah. It worked. Süß. Voll schön. Wir können ihm ja mal gestehen, dass wir ihn toll finden. Er ist romantisch. Ja. Süß. Ich mein. Ihr lieben Mäuse. Dann können sich ja sonst nichts, ne? Das ist nur eine Frage. Und er sagt, ja. Let's go. Raya so, okay. Aber so, sein Spaßbedürfnis geht dann nämlich ganz hoch. Das ist schon ganz nice, ne? Also, er hat einfach Grilled Cheese. Pyjama-Hose. Ich fühl's sehr. Also, ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet, ne? Bei denen muss ich mir wenigstens auch keine Gedanken machen, dass da jetzt irgendeiner schwanger wird. Ich will diese Hose, Alter. Das ist doch ein Slay. Okay, Raya möchte jetzt auch gehen. Aber lief gut, würde ich sagen. Vielleicht sind sie doch meant to be. Es war einfach nur ein bisschen holpriger Start. Weil ich finde die schon süß zusammen auch. Nee, Blatt. Nee. Er ist immer da. Ich finde das nicht okay. Good morning, boy. Wir können Raya noch beim Arbeitsamt eintragen lassen. Ja! Was halten wir davon? Inhaberin Raya's Ragu. Das Ding ist, ich wollte eigentlich von schreiben, aber das geht nicht. Wenn ich hier tippen möchte, funktioniert das nicht mehr. Das ist nicht genug Platz. Deswegen Inhaberin Raya's Ragu. Und sie verkauft Essen an einem Essensstand namens Raya's Ragu. Sie direkt wieder unter die Decke. Same. Okay, und today is the day for the 49. Kaufe eine Rakete und flieg in den Weltraum. Ja, wenn sonst nichts ist. Raphael hat heute auch frei. Wie wäre es, wenn wir es dieser mit Raphael machen? Geld sparen ist nicht in dieser Familie wirklich. Was für andere Objekte. Ach, wegen dem Ding hier. Oh mein Gott. Vielleicht arbeitet ihr einfach gemeinsam dran. Aber Raphael ist dann der, der in den Weltraum fliegt. Das ist doch eine Idee, oder? Bei Raya würde ich trotzdem gerne mal Amos Ecke öffnen. Falls das schon neu gedingst ist. Ja, ich kann Matches aktualisieren. Komm, es muss doch mal irgendwann einer dabei sein, den wir wollen. Dem Matthias ist es jedenfalls nicht. Jakob. Nein. Wir möchten keinen Bär daten. Wirklich nicht. Raylan. Ja, ne? Ist halt so eine Sache. Also wir finden den schon hot. Das hat ja schon Sinn gehabt, ne? Wir speichern ihn mal. Also wir kennen Raylan schon. Aber dann Kamara. Ist faul. Das finden wir, glaube ich, nicht gut. Der Angelo ist ein Chaot. Das ist auch nicht gut. Und er hat einen Fisch. Das ist auch eine Red Flag. Chris. Sieht ganz nett aus. Zu nett, glaube ich. Dann haben wir noch Neferet. Aber der sieht auch sehr übernatürlich aus. Nach einem Vampir, wenn ich ehrlich bin. Ich habe genug von Vampiren. So no. Raya mag Geschichten nicht. Na gut. Man kann ja auch nicht alles mögen. Vlad? Vielleicht ist Vlad doch sowas gut. Wir müssen weniger daran arbeiten. Ist doch gar nicht so schlecht. Aber es ist trotzdem wild. Also ich finde es ganz wild, dass Vlad hier jetzt chillt und uns hilft, ne? Ihr macht das schon. Wer kennt ihn übrigens nicht? Der Arzt, der den Weltraum erkundet. Das Weltraum, oder? Ach, keine Ahnung. Also das geht auf jeden Fall zu dritt. Schneller. Würde ich behaupten. Nicht schlecht. Raya stinkt. Naja. Dinge passieren. Ich glaube, beim nächsten ist es dann schon fertig, oder? Oh, Christoph hat jetzt ganz offiziell gesagt, oh, ich möchte mich lieber mit jemand anderem treffen. Aber wir sagen, ja, das solltest du selber entscheiden. Mentaler Nebel, jetzt chill mal deine Bases. Jetzt chill mal deine Bases, Alter. Was ist denn manchmal mit mir los? Es hat den ganzen Tag gedauert. Vlad stinkt auch schon komplett. Ja, dann geh mal ins Weltall. Iconic. Viel Spaß. Verschollen im Weltraum. Raphael gleitet durch die Galaxie, als er eine Konstellation bemerkt, die er nie zuvor gesehen hat. Er überprüft seine Koordinaten und stellt fest, dass er an einem ganz anderen Ort ist, als er dachte. Zudem ist das GPS seines Schiffs ausgefallen. Er hat sich im Weltraum verirrt. Wir bleiben ruhig. Raphael versucht ruhig zu bleiben und sucht den Horizont nach vertrauten Sternen ab. Da! Ein Lichtblitz. Er zoomt näher heran und er entdeckt einen rätselhaften Glaskanister, in dem sich irgendeine Botschaft befindet. Raphael nimmt sie heraus und hält eine Karte in der Hand. Ein Planet am Rand der Konstellation ist mit einem X gekennzeichnet. Das ist ja so schön, um wahr zu sein. Und was jetzt? Ich würde sagen, wir befolgen die Karte. Die Karte führt Raphael zu einem verkohlten Planeten mit einem einzelnen, aus einem Felsen herausragenden Baum. Auf den ersten Blick stand er vielleicht verlassen zu sein, aber dann entdeckt er einen schmalen Tunneleingang unter dem Baum. Hineingehen? Na klar! Raphael ruft. Keine Antwort. Es ist nur ein leises Tröpfchen zu hören. Er zieht seine Kopflampe an und schleicht leise immer tiefer und tiefer in den Tunnel, bis er einen Lichtstrahler erblickt, der durch einen Riss in der Decke fällt. Darunter steht eine verschlossene Kiste. Soll er sie aufbrechen oder zum Schiff tragen? Wir brechen sie auf. Nebenbei verkauft Raya hier Zitronen. Raphael ist beinahe aus der Tür, als er einen Chor zarter, flehender Stimmchen hört. Eigentlich kann es ja nicht schaden, sich ein oder zwei Gebete anzuhören, oder? So eine Chance wird sich sicher nicht mehr so schnell ergeben. Wir reden nicht mit irgendwelchen Kindern von fremden Planeten. Nein. Raphael hebt ab und er ist gerade noch rechtzeitig. Eine Armee spinnenähnlicher Aliens hat sich am Felshang positioniert und nimmt ihn unter Beschuss. Nachdem Raphael sich in Sicherheit gebracht hat, beginnt er mit der Reparatur des GPS. Neustart. Neustart. Bingo! Raphael und der Schatz sind auf dem Heimweg. Jawoll! Raphael hat einen Meteorstein gefunden. Slay! Wie kann man so ein King sein, wirklich? Er ist sicher von der Erkundung des Kosmos zurückgekehrt. Show me! Wow! Es war nur gewöhnlich, aber es ist trotzdem cool. Dann wird es jetzt vermutlich Zeit zu duschen. Ich bin so froh, dass die zwei sich haben, ne? Ich liebe euch so. Und wie war es im Bild, all? Süß! Ich würde sagen, an der Stelle beende ich dann mal den Part. Ich werde jetzt alles vorbereiten, damit wir dann in Ruhe das Ganze bauen können am Montag. Im Stream! Und dann schauen wir mal. Ich werde dieses Haus dann wahrscheinlich auch in die Galerie schon hochgeladen haben, weil wir haben ja alle Häuser bisher in der Galerie. Also warum nicht? Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Mit dem neuen Haus. Bis dahin und Tschüss! 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 Tschüss!